Was also ist mein Land? Angela Merkel im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo Was also ist mein Land? Diese Frage steht im Zentrum der außergewöhnlichen Rede von Angela Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021 und ist aktueller denn je. Die Rede erschien als Buch im Aufbau Verlag zusammen mit weiteren Texten über die spezifisch deutsche Verantwortung. Im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo stellt sich Angela Merkel den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart. Bundeskanzlerin außer Dienst Dr. Angela Merkel, geboren 1954, war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Im November 2021 erschien Was also ist mein Land? Drei Reden Giovanni Di Lorenzo, geboren 1959, ist Chefredaktor der Wochenzeitung Die Zeit, Mitherausgeber des Berliner Tagesspiegels und Gastgeber der Talkshow 3 nach 9 bei Radio Bremen. Was also ist mein Land? Angela Merkel im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo Was also ist mein Land? Das diese Frage steht im Zentrum der außergewöhnlichen Rede von Angela Merkel zum Tag der Deutschen Einheit 2021 und ist aktuell denn je. Die Rede erschien als Buch im Aufbau Verlag zusammen mit weiteren Texten über die spezifisch deutsche Verantwortung. Im Gespräch mit Giovanni Di Lorenzo stellt sich Angela Merkel den herausfordernden Fragen unserer Gegenwart. Bundeskanzlerin A. Die Dr. Angela Merkel, geb. 1954, war von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Im November 2021 erschien Was also ist mein Land? Drei Reden Giovanni Di Lorenzo, geb. 1959, ist Chefredaktor der Wochenzeitung